Ich seh sie, ich seh sie. Sie müssen durchgekommen sein. Checkt die Gräben. Bleibt zurück. Ich kann da nicht mehr sehen. Sind sie wirklich hier lang gekommen? Unser Auftrag, also weitersuchen. Von unten bleiben, sonst sehen sie dich. Da los, Kleine. Bleib bei Joel. Siehst du irgendwas? Ich war hier. Und du bist davon? So weit, so gut. Okay. Okay. Ich kann welche hören. Scheiß raus, die Klickern erwischen Sie! Ich kann wieder durch. Was ist das? Komm, Ellie. Geh hier durch. Okay. Jetzt komm schon, Joel. Ich komme, ich komme, ich komme. Es sind so viele hier draußen. Wie sollen die da vorwad kommen? Sie sehen uns noch nicht. Gehen wir außen rum. Wie sieht's aus? Es sind so viele, Tess. Oh, Mann. Oh, Mensch. Schrauben. Oh, man. Der Fluch der Scheife. 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 Okay. Der Fluch der Scheife. Der Fluch der Scheife. Der Fluch der Scheife. Okay. Das was mit mir passiert ist. Der Fluch der Scheife. Der Fluch der Scheife. Der Fluch der Scheife. Meine Güte. So sehen die Häuser. Der Fluch der Scheife. Der Fluch der Scheife. Der Fluch der Scheife. Ah, was war das ist. Der Fluch der Scheife. Der Fluch der Scheife. Das ist ein, was war das ist. Ja, wir müssen da, was war das ist. Das ist ein, was war das ist. Hast du da, was war das ist. Hast du da, was war das ist. Bleib du da, was war das ist. Bleib du da, was war das ist. Dida, was war das ist. Hey, 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 hey. Hey, Tess. Er wurde zerfetzt. Ja. Die Leiche ist noch frisch. Ist das schlecht? Ja, vielleicht. Trödeln wir nicht rum. Noch einer. Sie hat es wohl beim Warten auf Verstärkung erwischt. Sie hat es wohl beim Warten. Oh Mann, was ist mit dem Gesicht? So sieht jahrelange Infektion aus. Ja. Das heißt, die sind blind? So gut wie. Sie nutzen Geräusche. Wie Fledermäuse? Genau. Wenn du ein Klicken hörst, versteck dich. So ordnen sie dich. Sieht so aus, als würde gleich alles einstürzen. Kopf runter. Nichts passiert. Alles ist total okay. 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 So. Untertitelung des ZDF, 2020